In diesem Videoabschnitt werden wir uns in einzelnen Videos näher mit dem PageRank beschäftigen. Dabei wird es zuerst einmal darum gehen, den Zusammenhang zwischen PageRank und Digital Management und Ökonomie darzustellen. Dann werden wir den PageRank in Zusammenhang mit der Graphentheorie formulieren und uns anschauen. Dann schauen wir uns an, wie der Algorithmus denn genau funktioniert, vor allem wie er denn schrittweise berechnet wird und was das mit Management wieder zu tun hat, beziehungsweise mit den Herausforderungen des Managements. Und dann wird es darum gehen, wie hängt denn der PageRank mit der Spieltheorie zusammen. Und schließlich werden wir uns näher damit beschäftigen, wie könnte man den PageRank noch interpretieren. Es gibt zwei Interpretationsmöglichkeiten, die klassische Google-Variante oder die Random-Walk-Variante. Also das sind die wesentlichen Inhalte in diesem Abschnitt und in den einzelnen Video-Sessions. Wie hängt also der PageRank mit Management zusammen? Wir hatten ja mal gesagt, dass Management immer ein rationales Entscheidungssystem darstellt oder Ökonomie eigentlich insgesamt. Und dass es darum eben geht, formal richtige Entscheidungen zu treffen, die einen wirtschaftlichen Nutzen generieren. Und was ist die Aufgabe des PageRanks oder was ist generell die Idee des PageRanks? Naja, da geht es dabei darum, dass eben Websites so platziert werden sollen, dass sie nach einem mathematischen Modell entsprechendes Seitenwertes, den man dann PageRank nennt, gerankt werden, sodass eben die User den großmöglichen Nutzen haben, wenn sie etwas suchen. Und umgekehrt durch diese gute Lösung, dass also gute Seiten und relevante Seiten ganz oben gelistet werden, soll die Qualität der Ergebnisse verbessert werden und dadurch eben die Nutzung von Google, also von Google Search, verbessert werden und natürlich dem User wiederkommen und Google häufig nutzen. Insofern ist eigentlich der PageRank ein schönes Beispiel, dass es um wechselseitige Gestaltung von Entscheidungen geht. Ich möchte Nutzen für die User erzielen und zeitgleich möchte ich als Anbieter einen Nutzen für mich erzielen. Wie macht das Google? Google berechnet den PageRank eben dadurch, dass sie jeder Seite einen PageRank geben, also eine Ziffer, letztlich eine Zahl. Und nach der Zahl wird gerankt, das heißt, je größer die Zahl ist, umso weiter oben steht diese Seite in den Suchergebnislisten. Die Idee ist eben, dass relevante Seiten, auf die häufig verlinkt wird, wobei das nicht stimmt, häufig alleine. Also erstmal mathematisch relevante Seiten sollen oben stehen in Suchergebnissen, irrelevante Seiten sollen weiter unten stehen. Und damit entsteht eben ein Austauschsystem zwischen Usern und Websites und Google organisiert durch den PageRank diese Austauschbeziehung und stiftet so auf vielen Ebenen und an vielen Seiten Nutzen. Ja, was hat das jetzt direkt mit der Graphentheorie zu tun? Nun, man sieht es schon auf dem Bild davor, die Webseiten, die Darstellung, die gewählt wurde, repräsentiert einen Graph. Ein Graph ist ja die mathematische Beschreibung eines Netzwerkes und besteht aus Knoten, Kanten und Graden. Das bedeutet, die Knoten sind in unserem Fall die Websites, die Kanten sind die ausgehenden Links zu anderen Websites und die Gerade ist die Anzahl der ausgehenden Links. Also in unserem Beispiel hat C zwei, oder die Gradzahl bei C ist zwei, weil sie zwei ausgehende Links hat, während A und B jeweils einen ausgehenden Link hat. Also können wir erstmal den PageRank als Graph beschreiben und das ist ein sehr einfaches Beispiel. In dem Beispiel zuvor war das natürlich wesentlich komplexer und die Realität ist natürlich nochmal deutlich komplexer, weil Google Milliarden von Seiten analysiert und den PageRank entsprechend gewisser Cluster berechnet. Also, PageRank ist erstmal sehr stark mit Management-Ideen verknüpft, weil es um eine rationale Entscheidungstheorie geht, um Nutzen zu stiften und auf der anderen Seite ist der PageRank auch ein typischer Teil der Graphentheorie, weil die Websites und deren Verlinkungen als Graph dargestellt werden können. Und damit kann man das natürlich auch wieder wunderbar in solchen Matrizen oder in eine Matrix übertragen, weil wir jetzt praktisch sagen können, wir tragen in die Matrix immer die ausgehenden und damit letztendlich auch zeitgleich die eingehenden Links auf die einzelnen Knoten, in unserem Fall die Websites ein. Und das ist, glaube ich, jetzt schon intuitiv ersichtlich, dass ich die Website-Knoten einfach mal hier mit A bis J benannt habe und dann auch nochmal hier und was wir dann eben machen können, wir können immer reinschreiben, ob die Seiten miteinander verbunden sind oder nicht. Und das habe ich jetzt mal hier getan und man sieht, wenn man das von links nach rechts liest, dann ist die Seite A, hat keinen Selbstverweis, der wird jetzt hier in dieser Berechnung auch ignoriert, A verweist auf B und dann noch auf E und auf G. Und B verweist eben dann auf D, auf E und sonst auf keine mehr. Und wenn wir zum Beispiel wissen wollen, auf wen verlinkt denn G, dann kann man genau umgekehrt lesen und sagen, auf G verweist A und verweist F und verweist I. Und dann haben wir wieder eine wunderbare 0,1er-Matrix. Man sieht, damit können natürlich Computer wieder exzellent arbeiten. Und wir haben dieses komplexe Bild in ein binäres System und ein ziffernbasiertes System übertragen. Was machen wir jetzt damit? Die Idee ist, dass Google jetzt sagt, wir rechnen eben den PageRank aus. Und das funktioniert erstmal in dieser kurzen Einführung so, dass Google sagt, im Endeffekt steht hier, ich summiere immer den PageRank geteilt durch die abgehenden Links auf und gebe diese aufsummierten Wert der betrachteten Website zurück. Wir lassen mal ganz kurz diesen Ausdruck hier vorne, 1-D durch N plus D weg und schauen uns das an. Wir würden jetzt also schauen, wenn ich den PageRank von A berechnen will, dann würde PageRank I an dieser Stelle, also PageRank A stehen. Dann würden wir schauen, wer verweist alles auf A und dann schauen wir uns den PageRank der verweisenden Seiten an. In dem Fall ist das ja nur C und damit steht hier oben der PageRank von C geteilt durch die abgehenden Links von der Website C. Dass das natürlich jetzt beides C heißt, ist zufällig. C ist also nur ein Platzhalter für Anzahl abgehender Links. Also der PageRank von C, wir schauen uns diese Seite an und C hat ja 2 ausgehende Links, also würde der PageRank der Seite C geteilt durch 2 werden. Würden wir dasselbe für B machen, dann würde hier vorne also PageRank nicht von I, sondern von B stehen und dann würden wir schauen, welche Seiten verweisen alle auf B und das sind in unserem Fall ja 2, nämlich A und C. Dann würden wir also den PageRank von A nehmen und weil A nur einen ausgehenden Link hat, würden wir also PageRank von A geteilt durch 1 nehmen plus, weil wir ja aufsummieren, den PageRank der Seite C, also plus PageRank C geteilt durch 2. Hier vorne ist noch 1 minus Dämpfungsfaktor geteilt durch N plus D mal die Summe. Erstmal steht N für die Gesamtzahl der Seiten und diese Gesamtzahl der Seiten ist hier also 3 in unserem Beispiel und C ist dann immer abhängig von dem einzelnen Knoten, also der einzelnen Website. Bei C ist also dieses C von J, in dem Fall C von C, werden also 2 und A und B haben jeweils einen abgehenden Link. Das ist erstmal die Idee des PageRanks und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Idee des Dämpfungsfaktors an. Also prinzipiell, wenn ich den PageRank von A berechnen will, dann muss ich 1 minus D geteilt durch N erstmal rechnen plus Dämpfungsfaktor mal die aufsummierten und gewichteten Werte anderer Seiten, die auf die gesuchte Seite verweisen. Und die Idee des Dämpfungsfaktors ist die, wenn der Dämpfungsfaktor zum Beispiel 0,85 beträgt, dann bedeutet das, dass Google gemessen hat, weiß oder davon ausgeht, dass 85% des Traffics nur über Verlinkungen laufen. Also 0,85 bedeutet hier, dass 85% der User nur auf die anderen Seiten kommen durch Verweise von A auf B auf C und so weiter. Umgekehrt bedeutet es, dass 15% des Traffics, also damit die Summe 1 ergibt, bedeutet, dass 15% des Traffics außerhalb der betrachteten Seiten A bis C läuft. Man kann das also sagen, wenn jemand auf A ist, dann klickt er in 85% aller Fälle auf den Link zu B. In 15% aller Fälle geht er danach auf irgendeine andere Website, eben nicht über einen Link, sondern zum Beispiel über die Eingabe der URL. Man könnte das auch als Art Absprung des Rate innerhalb des betrachteten Netzwerks definieren. Das ist also die Idee des Dämpfungsfaktors und damit haben wir schon einen ersten guten Überblick über den PageRank, den Zusammenhang zum Management, warum ist PageRank auch ein Teil der Graventheorie und so ganz kurz und grob erklärt, wie funktioniert eigentlich dieser PageRank-Algorithmus, den wir uns dann intensiver und genauer anschauen.